Guten Tag, wer sind Sie? Ich bin Herr Rivers und Sie werden jetzt gleich einen kompletten Changeover sehen. Ich gehe jetzt gleich einmal durch die Zauberkugel, durch die Hardcore-Zauberkugel. Die Hardcore-Zauberkugel. Und dann bin ich gleich am vollen Knochen. Die Hardcore-Zauberkugel. Die Hardcore-Zauberkugel. Die Hardcore-Zauberkugel. Aua! Blödes, dummes Stück Penisfick, scheißen, schwul, dreck, Arsch, Eimerloch. Geh weg du! Der dicke Mann greift mich an! Es ist brrt, 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 brrt. Brrt, 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 brrt. Ach, da kommt er wieder drin. Der wird gehalten. Keine brrt, brrt, brrt. Nein, kein Brrt. Mit brrt, brrt, brrt bist du durch. Bah, bah, bah! Ich weiß ab jetzt, wie wird es auf Schluss aufwärmt. Ich habe immer so einen Knarzen gehört. In jedem Fall zwar. Ah! Ah! Ah!